Hallo, guten Morgen. Heute ist der Hälfte Dezember. 19 Uhr, früh um eins. Übermorgen ist Vollmond. Das ist mal wieder ein Video vom Mond, für die, die denken, dass es wirklich eine Kugel ist. Ich denke mal, die meisten wissen, dass das keine Kugel ist und keine feste Masse. Also, man kann weder den Mond betreten, noch auf die Rückseite. Das ist einfach bloß eine Lichtquelle. Genauso wie die Sonne und die Sterne. Die Wandelstirne und die Fixstirne. Tja, für Sterne ist es leider zu hell. Aber, wie ihr seht, der Mond, der lässt sich heute sehr super anschauen. Das Ganze mit noch. Wie gesagt, wenn der wirklich so weit weg wäre, wäre der Zoom absolut nicht möglich. Alter, Leute. Dann... Warte mal rein. Bleibt gesund. Tschüssi Kowski.